Und es ist kein Wagen dabei, da habe ich vorher drauf geachtet. Ist das nicht herrlich? Kostet, kostet dann auch nicht so viel Geld. Ja schön, Herr Master. Meine Bauarbeiter hämmern auch gleich wieder, dann hört man vielleicht den Unterschied nicht mehr. Das ist natürlich jetzt wieder blöd, wir haben genau ein Feld zu viel. Aber wisst ihr was, das nutzen wir, dann machen wir Holdingzell hin. Passt. So, wir sind ja mittlerweile positiv gestimmte Menschen. Lassen uns nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen. Und machen es einfach passend. So, passt das für die Zelle? Sehr schön, passt. Oh oh, uns geht die Kohle aus, das ist nicht gut. Wir müssen aufhören zu stempeln. Wir müssen hier noch Wasserrohre verlegen, sonst haben die keine Toilettenspülung. Das stinkt mit der Zeit ein bisschen. Wollen wir nicht unbedingt. So, können wir den Jungs hier irgendwie im Deployment, wo haben wir denn das wieder? Bürokratie, Deployment. Können wir denen irgendwie sagen, dass das hier ähm, dass wir alle Türen aufmachen sollen, dass die Jungs da arbeiten können? Wär super. Das wär richtig schick. Ja, hau mal richtig kräftig drauf, lieber Nachbar. Vielleicht hört man es hier an der Aufnahme. Hauptsache sein Schrank steht. Der Viertausendste diese Woche. Ich weiß nicht, kann man so viele Möbel in eine Wohnung überhaupt reinbauen? Was macht der den ganzen Tag? Oder liegen die Holzboden in der Mietwohnung? Es gibt ja Leute, die arbeiten in der Mietwohnung genauso, als würden sie ihnen gehören. Die machen die super toll. Vier Wochen später ziehen sie aus. Wenn sie in die nächste Wohnung machen, ist das auch wieder. Ja, wenn einer als Hobby halt Heimwagern hat, dann hat er halt Heimwagern als Hobby. Ich mein, was willst du tun, ne? Es ist, wie es ist. Ich will denen ja auch ihr Hobby nicht irgendwie vermiesen. Ich will nur nicht durch den hier Hobby gestört werden. So, wir können ja hier eigentlich schon mal die Dinger da mitlegen, oder? Die Rohre sozusagen für die Toiletten, die es noch nicht gibt. So, das schöne ist nämlich, dass sie die Dusche da unten mit nutzen können, ohne dass wir dann extra Duschen bauen müssen. Das heißt, wir können die ganze Kohle wirklich hier in die Zellen fließen lassen, in den Zellenblock. Wir können unsere Kapazität mal enorm aufstocken, dass wir nicht bei jedem Pups, der angeliefert wird, hier direkt Randale haben, weil die nicht schlafen können. Na komm her, und dann mal gucken, was die Needs, was die für ein Problem haben, die Jungs. Weil die Needs gehen leicht hoch. Na gut, wird hier alles schon wieder abgebaut. Pass, 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 pass. Ist schon wieder weg. Alles supi. Alles supi. So, jetzt runter zum Essen, Freunde. Nein, die haben Free Time. Ja, manche gehen da noch mal auf Toilette, andere legen sich da auch noch mal hin. Wieso penten der da noch? War der nicht duschen, oder ist der schon wieder zurück? So, hier sind wir noch am Ausstatten, aber die Leute ziehen schon ein. Finde ich cool. Was mir hier ein bisschen Sorgen macht, ist, ich habe irgendwie so den Eindruck, die Küche kommt nicht hinterher. Die schaffen das irgendwie nicht ganz, habe ich so den Eindruck, dass alle Leute satt werden. Keine Ahnung warum. Zu wenig Köche, eventuell. Wir haben nur sechs. Machen wir mal zehn. Dass wir mehr Leute da haben, die dann helfen können mit der Arbeit. Ja, da sieht es auch geil. Durch die Wand stellen, so das Essen da auf das Ding. So, dann müssen wir die Küche erweitern, wie es aussieht. Ja, ich muss da, ob ich will oder nicht. Das ist keine Chance. Ich muss das, ich muss das größer machen, ja. Ich brauche hier mehr, ich brauche mehr Kochfläche, mehr, mehr Lagerfläche, mehr Platz zum Arbeiten für die Köche, damit wir hier in der Kantine wirklich alle Leute versorgt kriegen. Das ist wichtig. Hungrige Gefangene sind auf Dauer nicht förderlich für die Knastzufriedenheit. So, ihr seht doch jetzt, dass in der Freizeit essen dann noch manche fertig, aber viele haben gar nichts bekommen irgendwie, also wir haben nur 25% satt bekommen. Wir müssen da mal über den Worten die Variation ein bisschen runterfahren, dass die mehr Essen, dass die erstmal mehr Essen liefern können, dass wir erstmal alle satt kriegen. Ähm, es senkt auch den Preis, also von daher, es hat einen positiven Nebeneffekt. Bis wir dann die Küche angebaut haben, um da mehr Krams drin unterzubringen. So, da haben wieder irgendwelche Leute, keine Ahnung was gemacht und die kommen dann in die Holding-Cell. Ne, eigentlich nicht, keine Ahnung warum sie die in die Holding-Cell bringen. Keine Zellen für die oder so. So, da haben sie Zigaretten gefunden. Ich bin gerade am überlegen, ob wir die Küche hier sogar noch erweitern können. Wird vielleicht sogar Sinn machen. In der Wäscherei laufen die Waschmaschinen. Wie viele Putzhilfen, wie viele Hausmeister haben wir denn überhaupt? Acht. So, wir machen nochmal plus vier. Hier sitzen übrigens Gefangene, die machen da psychologischen Dienst oder so irgendwas. Was? Bin gerade am gucken, wo ist denn da der Psychologe? Da läuft einer rum und macht Therapie. Und da? Wo ist der? Was treiben die ihn da? Ne. Da ist der Therapeut. Der geht in die... Wieso will denn der in die Holding-Cell? Ist der abgehauen, weil er Schiss hatte vor dem oder so? Keine Ahnung. Es blickt eh keiner durch. So, wie sieht es hier oben aus? Was machen die Röhrchen? Hallo? Wieso blinkt da überall noch Wasser? Weil hier ein Rohr fehlt. Es darf nicht wahr sein. Mach mal hin jetzt. Dass die Jungs eine Klospülung kriegen. Das darf doch nicht wahr sein. Ne, da fehlen... Lass nicht das Rohr weg. So, ich bin gerade am überlegen. Die können sich in diesem Bereich hier, in diesem Bereich und in den Zellen aufhalten, ohne kontrolliert zu werden durch Metalldetektoren. Nur wenn sie hier vorne raus gehen, hier hin und zurück, hier raus und zurück, hier rein und zurück, werden sie kontrolliert. In dem Bereich hier oben werden die gar nicht kontrolliert. Da können die, also praktisch... Oh, da hat einer Non dabei. Ja, also die können praktisch, wenn hier einer irgendwie was reingeschmuggelt bekommt, kann er das hier drin frei verteilen, verkaufen, machen und tun. So, Deployment. Guard Patrol. Ich bin am überlegen. Brauchen wir eigentlich nicht komplett. Machen wir mal so. Laufen. 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 Gucken. Mach du. Nix... Nix... Schmuggeln lassen hier. Die Kollegen. So, wie sieht es jetzt aus? Kriegen die das irgendwie hin? Kocht. Gibt Gas und kocht. Macht hin, er gibt Gas und kocht. Und da bin ich mal gespannt, ob sie das hinkriegen. Wir haben jetzt mehr Köche, wie wir Herde haben. Das heißt, die können jetzt kochen, liefern und draußen Sachen holen. Ohne Probleme. Müssten die das mal die Kurve kriegen. Und die müssen jetzt auch mehr Lebensmittel produziert bekommen. Aufgrund der Tatsache, dass es ja keine Variation gibt. Es gibt ja nur Gemüse heute. Okay. Will auch noch nicht. Dann machen wir noch Low Quality. Und hier sind wir bei 1 Euro. Jetzt kriegen wir aber alle satt. Bei 1 Dollar. Ja, mit 1 Dollar am Tag kriegen wir alle satt. Ja, das ist wichtig. Ich will einmal allen was zu essen geben. Damit die Jungs was zu essen kriegen, wenn sie Hunger haben. Und dann schalten wir wieder um. Und wenn hier unten mal... Ach so... Ja, ich weiß, warum die hier nicht bauen. Die kommen da nicht hin. Das ist natürlich dumm. So, jetzt haben wir für alle Gefangene was zu essen da. Für alle. Aufgrund der Tatsache, dass wir die Gefangenen ein bisschen bescheißen, was das Essen angeht. So, die spülen hier immer noch wie die Bekloppten diese... Also die Teller vom Vortag. So, Essenszeit. Wir gucken mal. Oh, oh. Sag nicht, es gibt Stress, weil die das uncool finden, dass es so wenig Nahrungsvielfalt gibt. Nach dem Motto, ich hab mich heute auf Würstchen gefreut. Jetzt gibt's nur Brokkoli. Ich hau die auf die Fresse. Na, so denken die ja. Das sind ja die... roten Kittel da. Die ticken ja anders, wie der Rest der Menschheit. Sonst hätten sie ja keine roten Kittel da noch, wäre nicht bei uns im Knast. So, aber es wird ein bisschen eng, oder? So, manche sind jetzt mittlerweile mal alle da. Da kommen da immer noch welche gelatscht von da oben. Ja, holt euch was zu essen, Freunde. Geht durch und holt euch was zu essen. Sag mal, bin ich bescheuert? Jetzt hatte ich mal für alle Leute Essen da. Die wollen's nicht. Die nehmen sich nix. Die stehen nur blöd rum und klotzen doof. Ich krieg Zustände. Da willst du alle satt machen. Funktioniert ja gar nicht. So, Medium Quality, Medium Variation. Und wir bauen an. Die Tür muss weg. Haben wir den Geld für anzubauen. Rooms. Kitchen. Ja, Gabeln lassen sie mitgehen. Anstatt euch was zu essen zu nehmen, klauen sie Gabeln. Idioten. So, wir legen hier mal Stromkabel runter. Und hier legen wir mal Stromkabel runter. Und dann legen wir hier noch Wasser runter. Einfach nur so, Vorsorge. Überall pfeift's, macht's und tut's. Ich versuche jetzt hier die Küche möglichst effektiv noch zu nutzen. Wir müssen hier grob ausbauen. Also. Kriege ich das finanziert? Grad so. Auf den letzten Pfennig. Ich bin pleite. Der letzte Pfennig. Geht in die Kantine. Wir haben schon wieder 140 Gefangene. Ey, jetzt habe ich gerade mal 127 Zellen gebaut. Oh, 140. Die wollen mich in den Wahnsinn treiben. Ey, da wird aber auch keiner mal entlassen. Wann entlassen die mal von den Idioten da welche? Kann doch nicht sein. Äh. Uh. Ecation Programm. Einen Klassenraum bauen. Ein Klassenraum? ja zellenblock d gibt 10.000 jetzt und bei 200 zellen entsprechend wieder material nach 200 zellen ist ihnen angestrebtes ziel von mir weil wir müssen ja alle unsere heinis hier unterbringen ja geht ja nicht anders so wie bauen wir jetzt hier nebenan anbauen nebenan anbauen das ist auch ein cooles deutsch wir gehen mal an wir gehen es mal an nebenan anzubauen da sind ganz viele ans drin das ist auch cool hier haben wir gebaut dann machen wir ein bisschen ausstattung der küche die ausstattung wir bauen hier noch eine sink andersrum da können wir noch ein bisschen sinken dann bauen wir hier noch ein paar kuka 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 das ist eng ich weiß aber ey was willst du machen stuff only gleich mal wieder reinhauen hier ja ich meine wir müssen hier gucken damit es mehr essen gibt wir kriegen hier wir kriegen massive probleme wenn die jungs nichts zu essen kriegen die irgendwann die die treten uns die bude kaputt ich meine wir machen dreimal am tag essen irgendwann kriegt irgendwie jeder mal zu essen ja aber es gibt halt immer welche die übrig bleiben die nichts zu essen gekriegt haben und das ist natürlich auf dauer nicht so förderlich deshalb bauen wir jetzt hier an da gibt es dann noch mehr sitzplätze ich bin sogar am überlegen ob wir die tables hier anders stellen sollen dass wir die hierhin stellen wir hoffen dass die da besser hinkommen dass dann wirklich jeder was zu essen in die hand nimmt so die auf den mehr guckers werden auch mehr geguckt also ich meine es ist jetzt nicht so dass die jungs hier sagen können wir nicht gebrauchen die benutzen wirklich jeden herd und kochen da essen und das ist auch gut so weil wir brauchen jede menge essen die frage ist ob wir alles auf den tischen unterkriegen ja setzt eure lampen kommt ist mir wurscht ich will da nicht mehr per hand drin rum vorwagen macht einfach das dahin was dahin gehört und gut ist so cantina und die müssen wir erweitern wir erweitern die cantina cantina so große cantina objekte ja also das bin ich am überlegen ob ich hier noch surfing table in die mitte stellen soll ja weil es hört sich vielleicht blöd an aber ich habe so den eindruck die kommen nicht an die surfing table ran gescheit wenn die hier reinkommen und kriegen deshalb nicht genug zu essen geht durch durch gehen durch gehen durch gehen durch gehen und was zu essen holen bitte immer weiter gehen jeder nur ein kreuz achso nee das war anderer film die machen mir aber aufs leben schwer eh ist wirklich nie einfach mit den gefangenen hier come on guys durch gehen durch gehen holt euch was zu essen essen fassen bitte essen fassen die schleichen da drin rum wo latschen die denn rum da hinten ist essen anstatt sich mal was zu essen zu nehmen es gibt immer noch welche die nix gefuttert haben ich verstehe das nicht sitzen die in einzelhaft sind die tot sind die nicht mehr da ist das ein bug werden die falsch mitgezählt haben nicht gerafft wo es was zu essen gibt ich will ja endlich mal eine gescheite quote ich will endlich mal ein paar leute satt kriegen hier aber irgendwie zählt das eh falsch weil es sind über 50 prozent grün und er sagt wir haben 47 prozent satt seltsame rechnung aber ist egal wir machen jetzt einfach mal weiter hier nächste war trupp kommt hier rein geströmt sehr sehr nice